Ja, nimm mich mit, noch ein bisschen auf dein Bein, mit jedem Schritt, mit dir zusammen bin ich besser zu sein. Herzlich willkommen, ihr Besucherinnen und Besucher, hier zu diesem Live-Talk mit Peter Reben und Nina. Schön seid ihr dabei und wir begrüssen euch ganz herzlich. Euch zeigt euch, dass ihr noch Zeit gefunden habt, jetzt vor dem grossen Turnier herzukommen. Weil am 1. November startet. Drei Tage geht es los. Wie sieht es aus mit der Nervosität. Nina, wie fühlst du dich? Mir geht es echt gut, ich bin eigentlich immer vor dem Konzert, so 10 Minuten vorher, bin ich ein bisschen nervös. Und nachher ist es dann meistens kaputt, bin ich auf der Bühne und es macht einfach Spass. Ich bin eigentlich gar nicht so nervös. Okay, du bist schon sehr professionell da. Aus dem Lager, du hast sehr viel Bühnenerfahrung. Gleich noch so ein bisschen vor dem grossen Turnier Nervosität. Für mich ist es so, dass ich eigentlich nur... Aber ich weiss, dass das Publikum gewisse Erwartungen hat. Und diesen Erwartungen wird man gerecht werden. Und wenn jetzt erst ein Konzert vorbei ist und ich das Gefühl habe, dass es jemand gefallen hat, dann ist dann bei mir Nervosität. Aber ein bisschen so Kribbeln im Bauch ist eigentlich sehr positiv für ein Konzert. Weil da schüttet man Adrenalin aus und ist richtig auf Draht. Und das merkt das Publikum. Und zu dieser Turnier gibt es ja jetzt so eine Zähne, die neu rausgekommen ist. Gestern werde ich da hier. Nimm mich mit, heisst sie. Und wie sind Sie Ihr grössten? Dresen-Eingang, zwengstig Trucks. Wie sieht das aus, Familie Reden auf der Turnier? Wir haben eine grosse LED-Wand. Das sind so die, die ihr abends im Bahnhof seht. Die sind sehr leichtstark. Und weil ich ja unterwegs auf meinen Reis-Op filmet habe. Und häufig die Bilder, den Hintergrund zu meinen Liedern bilden, haben wir so eine Wand aufgebaut. Und ich konnte zum Teil auch die Videos als Background einspielen. Einerseits, also meine Hits. Andererseits sind natürlich auch viele neue Lieder. Jetzt entstanden auch mit der neuen CD. Die Tatsache, dass Nina mitgemacht hat, hat wieder ganz neue Farben und andere Lieder ins Programm gebracht. Ja, wir sind eine Crew von CK. Zwölf Leute, die unterwegs sind auf der Tournei. Vor Premiere ist übrigens schon morgen. In Düdingen. Und dann haben wir noch Tage Pause. Und dann springen wir dort zu Kaltenmassen. Und da geht es den richtigen Boxen. Du hast schon etwas angedeutet. Die grosse Linienwahl und deine Heizwärmung gehören. Konkret, was für sowas kommen kann? Kann man da schon etwas verraten? Ja, sicher. Die neue CD ist eigentlich ein Querschnitt oder das Programm. Wir haben neue Lieder, neue geschrieben. Ich habe im Stil von meinen Band-Deutschen-Liedern natürlich ein paar neue Lieder dabei. Dann haben wir auch alte Klassiker, die wir in seiner Zeit schon im Trio mit Petrus und Marc gesungen haben. Und dann haben wir neue aufgenommen. Es ist eine sehr gute Eiten, zweistimmige. Also das Lied, wir werden vielleicht noch kurz hören. Over the Rainbow. House of the Rising Sun. Gospel. Motherless Child. Aber auch viele mehr deutsche Sachen. Benny haben wir neu gemacht. Ewig Tramp. Mona Lisa. Also viele altes, aber auch viele neue. Ja, nimm mich mit. Noch ein bisschen auf den Weg. Mit jedem Schritt. Mit dir zusammen bin ich besser zu weg. Ja, nimm mich mit. Der Tanzlöbel wird mein Beiden Rock'n'Roll. Erst mit dir zusammen ist mir richtig wohl. Ja, nimm mich mit. Cubge. Schnell dir aus. Schnell dir aus. Ich bin zu zweit. Vielen Dank.